Hallo und willkommen zum Bossguide von XT002, die Konstruktor. Ihr benötigt einen Main Tank sowie einen Off Tank. Der Bosskampf besteht aus zwei Phasen. Eine Bossphase und eine Add-Phase. Die Add-Phase beginnt immer nach 25% Leben des Bosses, also bei 75, 50 und 25%. Ihr startet in Phase 1, mit der Bossphase. Tankt XT links zwischen den beiden Schrottbergen, dreht ihn mit dem Rücken zum Raid, Nahkämpfer stehen direkt hinter ihm. Alle Fährkämpfer und Heiler etwas versetzt dahinter. In der ersten Phase hat er drei Fähigkeiten. Sängendes Licht bekommt ein zufälliger Spieler ab und muss sofort aus dem Raid laufen, da er bei sich und Verbündeten Heiligen Schaden anrichtet. In unserem Beispiel rennen alle Spieler mit sängendem Licht nach rechts. Zusätzlich gibt es die Gravitationsbombe, welche ebenfalls ein zufälliger Spieler abbekommt. Hier müsst ihr links aus dem Raid rennen, da sie an Raidmitgliedern Schattenschaden anrichtet und nach Auslaufen jeglichen nahen Spieler an sich ranzieht. Schattenschutzbuffs jeglicher Art helfen hierbei den Schaden zu minimieren. Das Wichtigste ist hierbei, dass ihr die beiden genannten Fähigkeiten auf links und rechts aufteilt. Der Main Tank kann von keinen der beiden Fähigkeiten getroffen werden. Klassen wie zum Beispiel Schurken mit Todesmantel, der Paladin mit Gottesschild oder Magier mit Eisblock können den einkommenden Schaden vermeiden. Als Hexer könnt ihr euch präventiv ein Portal stellen, um schneller aus der Masse zu fliehen. Ihr erleitet außerdem alle 60 Sekunden betäubenden Koller. Diese Fähigkeit macht am kompletten Raid für mehrere Sekunden enormen Schaden. Zieht hier am besten mit einem Paladin heilige Opferung, da dieser rankt dem Talent heiliger Wächter für 6 Sekunden lang den kompletten Schaden um 20% verringern kann. Baut hier auch gerne je nach der Anzahl eurer Paladine im Vorfeld eine Reihenfolge. Aber auch Gesundheitssteine vom Hexer oder Fähigkeiten wie Finte vom Schurken entlasten eure Heiler. Betäubender Koller tritt nur alle 60 Sekunden auf und resettet bei 75, 50 und 25% Leben des Bosses. Wenn ihr also schnell genug seid, könnt ihr dem Ganzen entgehen. Bei 75% angekommen, verliert der Boss sein Herz und macht keinen Schaden mehr. Nun kann er für ungefähr 30 Sekunden nicht mehr angegriffen werden. Das Herz landet vor euch auf dem Boden und erleidet doppelten Schaden, welcher sich nach dem Ende der Phase auf den Boss überträgt. Solltet ihr das Herz töten, startet der Hard Mode. Schaut dem nach, dass ihr das Herz nicht komplett zerstört. Zeitgleich spawnen in der Phase aus allen 4 Ecken Ads. Dank unserer Boss Positionierung können nur aus 2 Ecken Ads erscheinen, da der Boss zu nahe an den anderen beiden dran steht und somit den Spawn verhindert. Es gibt 3 Arten von Ads. Pummler, welche direkt vom Off-Tank geschnappt werden und in die Nähe des Bosses positioniert werden, wodurch sie von euren Nahkämpfern gekleaft werden können. Dreht sie allerdings so, dass sie vom Raid wegschauen. Sie machen außerdem noch an jedem Namen Ziel Schaden, was aber bei euren Millis gerne weggeheilt werden kann. Macht als Fernkämpfer natürlich gerne auch Schaden drauf, wenn es die Situation zulässt. Des Weiteren erscheinen Schrottbots. Wenn diese den Boss erreichen, wird der Pro-Bot um 1% geheilt. Ähnlich wie auch die Zombies bei Glut und Axramas. Verlangsamt sie und pumpt sie weg. Zuletzt rennen Boom-Bots auf euch zu. Sie sehen aus wie große Bomben. Wenn ihr sie tötet, explodieren sie und machen Schaden an euch und vor allem an den anderen Ads. Nutzt das, um die Schrottbots in die Luft zu jagen und fokussiert als Fernkämpfer die Boom-Bots. Nach 30 Sekunden geht es wieder in Phase 1, bis ihr 50% des Lebens des Bosses erreicht habt. Das Ganze wiederholt sich dann so lang, bis XT im Dreck liegt. Kampfrausch bzw. Heldentum könnt ihr im normalen Modus am Anfang oder auch bei 35% ziehen. Achtet allerdings immer drauf, dass ihr das Herz nicht umbringt. Solltet ihr den Hard-Mode angehen wollen, dann müsst ihr sein Herz, welches bei 75% rausfällt, umbringen. Hierfür werdet ihr euren Kampfrausch benötigen. Da es geschafft, heilt sich XT auf 100%. Nun hat er allerdings 50% mehr Leben und macht 15% mehr Schaden. Es gibt nun keine Add-Phase mehr. Die Nahkämpfer bilden ihr Camp nun am hinteren linken Fuß des Bosses. Das hat den Grund, dass ihr nach wie vor sengendes Licht auf die rechte Seite rausbringen müsst. Rentiert ihr allerdings nicht mehr allzu weit vom Boss weg, sondern stellt euch ein Stückchen entfernt vom rechten Bein. Nach dem Ablaufen von Sengenden Licht spawnt im Hard-Mode ein Lebensfunke, welcher Naturschaden bei allen Nahen Raid-Mitgliedern anrichtet. Dieser muss sofort vom Tank gespottet und vom Raid umgebracht werden. Zieht diesen dazu in die Melees und cleft ihn um. Sonst geht zu viel Schaden am Boss verloren. Der Funke hat Prior 1, stellt außerdem ein Naturwiderstandstotem. Auf die linke Seite bringt ihr nach wie vor die Gravitationsbomben aus dem Raid. Diese hinterlassen nun allerdings Void Zones. Da euer Heiler das Mana ausgehen wird und der Boss vor allem nach wenigen Minuten in einer N-Rage verfällt, ist es ein Rennen gegen die Zeit und ein absoluter Damage-Check. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie. Zusehen und immer genügend.